Guten Morgen und Willkommen zurück bei Cities Skylines. Ja, heute wieder Cities Skylines auf dem Plan, auf Twitch und später natürlich auch auf YouTube. Und ich habe mir gerade so gedacht, als ich es hochgefahren habe und als es anfing, eigentlich ist es total bekloppt, dass ich jetzt noch Cities Skylines so viel spiele. Ich spiele es ja im Stream sehr viel im Moment und jeden Tag irgendwie 3-4 Folgen auf YouTube. Es wäre eigentlich viel, viel geschickter zu warten, bis ich meinen neuen PC habe, der Anfang April ja da sein soll. Und dann Cities zu spielen, weil Cities ja so ein bisschen hakelig läuft inzwischen mit der Größe der Stadt bei mir. Das wäre eigentlich viel, viel klüger, was anderes zu spielen und Cities Skylines erst Anfang April wieder richtig viel zu spielen. Das macht mir so viel Spaß. Ich kann, ich will gar nicht warten. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass es dann so ruckelt, aber mein Gott, das kriegt man schon hin. Was sonst. Ich habe immer noch ein bisschen Überreste von dieser Epidemie, von der Sterbewelle. Anscheinend scheint es so zu sein, man kann das schon so ein bisschen vermuten, das habe ich mir auch schon mal gedacht, dass wenn viele Leute einziehen zu einem Zeitpunkt, wenn also die Stadtbevölkerung schnell wächst, immer so in Schüben, dass danach auch viele Leute sterben. Und wenn halt, weiß ich, dann die Leute, die eingezogen sind, eine Weile später sterben. Und das scheint wohl zu sein, man sieht es auch tatsächlich so ein bisschen. Das schaukelt sich dann ja immer mehr auf. Alle sechs Jahre ist das wohl soweit. Und das war jetzt hier, sag ich wie 2046 und 52 wird es nochmal richtig stimmen. Das ist wohl im Spiel keine große Varianz drin. Nach sechs Jahren sterben die. Oder ein bestimmter Prozentsatz. Und es gibt schon Mods dafür, damit das ein bisschen variabler ist. Aber, ähm, dann hat man andauernd immer so eine Welle, wo dann so viele auf einmal sterben. Und dann sind die Friedhöfe und Krematorien, obwohl man eigentlich echt viele und genug davon hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann total überlastet. Tja. Schauen wir mal. Bisschen blöd. Was soll man machen? Hier ist das Gebiet, was ich neu aufgezogen habe. Was hier fröhlich vor sich hin wächst. Ähm, wo ich mal ein bisschen probeweise was gemacht habe mit Einbahnstraßen, aber nicht konsequent genug. Das war wieder so. Ich habe hier angefangen mit der großen Straße und dem Kreisel und davon hier rechts und links hauptsächlich Einbahnstraßen. Aber auf keinen Fall konsequent genug. Also man muss das wirklich richtig durchziehen, dass man zack, 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 nur Einbahnstraßen. Ähm, und vielleicht probiere ich das hier nochmal neu, in einem neuen Gebiet. Ist ja nicht so, als würde ich nicht, als hätte ich da keine Motivation oder so, das normal zu probieren. Ich überlege mir gerade, die Autobahn geht ja so schräg hier rüber, ob ich mir die dann anders, ob ich mir die Autobahn anders lege. Dass ich hier nochmal so ein Viertel aufmache, zum rumtesten und mir dann hier, vielleicht mache ich das sogar. Ähm, pausiere ich mal kurz. Was blöde ist, man kann beim Planieren nicht ein ganzes Gebiet ausfehlen. Also ich kann es euch hier nicht sagen. Man kann es jetzt zwar gedruckt halten manchmal, aber auch nicht immer. Aber man kann ihm nicht sagen, ähm, finde ich jedenfalls, dass man jetzt diese ganze Strecke planieren möchte. So, jetzt muss ich die mal hier... So, jetzt muss ich ein bisschen anders legen hier. Autobahn. Und dann mache ich mir hier nochmal so ein neues Festflüttel auf. Ganz schön hügelig hier. Auch nicht so ideal. Und die Wohngebiete, wenn ich dann irgendwann mit Mods mein Gebiet erweitere, werden dann hier so an den Stränden entlang entstehen. Ähm, weil das irgendwie schöner ist, als da hinten raus, finde ich. So, da hinten, das Hinterland ist mir relativ wurscht. Dazwischen auch. Und dann baue ich hier am Strand entlang oder so. Und hier mache ich nochmal so ein Testviertel jetzt rein. So, wo ich ein bisschen was rumprobieren möchte. Nochmal mehr mit Einbahnstraßen. Ist ja nicht so, dass ich, ähm, komplett, äh, nicht lernfähig wäre. So. Sondern nur so ein bisschen. Gucken, machen wir irgendwie noch so eine schöne Kurve. Ne, machen wir noch so eine Kurve um die Ecke hier, damit es nicht ganz so scheiße aussieht. Muss ja parallel zu der Straße dann sein. Hm, baue ich gleich mit Lärmschutzwand. Wollte ich eigentlich gar nicht. Manche Spiele immer noch, wenn es sein muss. So, bis hier vielleicht. Dann geht die parallel da an der Seite lang. Obwohl, wenn ich die durch die Mitte ziehe, einigermaßen gerade. Dann könnte ich auch, hier ist so ein komisches Bild. Könnte ich das, könnte ich auch diese Autobahn einfach nutzen. Könnte direkt die Autobahn nutzen. Das wäre eigentlich auch was. Dann könnte ich direkt die Autobahn nutzen in dem Gebiet in der Mitte. So. Um darauf aufbauend das alles zu machen. Hm, das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich überlege mir gerade was. Das kriegen wir gleich hin. Also ich könnte dann aufbauend auf der Autobahn, die da bereits existiert, das drumherum bauen. Okay, ich glaube das probiere ich. Muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das genau in dem Gebiet ansiedle. Okay, ich habe schon ein paar Ideen. Ich gucke mir gerade noch ein paar Sachen an. Baue ich die dann hoch oder ist das egal? Ziehe ich die mitten durch? Hm. Das überlege ich mir gerade, ob ich die Autobahn dann mitten durch baue. Ja, das mache ich. Und ob ich die, auf welcher Höhe ich die baue. Baue ich die auf Bodenhöhe oder baue ich die erhöht? Und was wäre jeweils die Vorteile, wenn ich die... Weil man sieht das oft woanders, dass die dann erhöht sind, die Linien. Aber eigentlich hat man auch keinen großen Vorteil dadurch, wenn die auf Stelzen ist. Eine Ebene höher sozusagen, die Linie. Das sieht man ja cooler aus. Ich würde mir in die Mitte hier ein Autobahnkreuz bauen. Gucke ich mir schon mal an welches. Das sieht immer so krass aus. Gibt es nicht irgendwie geschicktere? Das sieht so überdimensioniert aus, finde ich dann. Das Autobahnkreuz habe ich da. Das kann ich mir nochmal... Achso, nee. Das habe ich da nicht mehr. Da habe ich das. Gucke ich mir nochmal kurz an. Das heißt, es gibt zwei Autobahnen, die jeweils von einer Seite kommen. Man kann auf jedes Auffahren. Man kann halt hier runter auf die Autobahn. Und man kommt auf die andere Autobahn. Das ist klar, man kommt von der Autobahn da rauf. Kann man das nicht ein bisschen kleiner machen? Das baue ich mir einfach selber, das Autobahnkreuz. Weil dann verschwende ich nicht ganz so viel Platz. Weil es ist schon ein bisschen Platzverschwendung da zum Teil. Ja, das mache ich mir einfach... Ich baue mir selber das Autobahnkreuz. Soll mal einer sagen, ich hätte das nicht drauf, wenn man hier meine schöne Verknärknotenpunkte ansieht? Nee, nee, nee. Das mache ich alles selber. So. Ja, ja, ja. Bin gespannt, wie das wird. Ich mache einfach mal. Ich muss aber... Bevor ich jetzt die Zeit wieder laufen lasse, muss ich zumindest mal das verbinden wieder. Weil sonst geht das nicht. Dann kann ich das genau... Dann ziehe ich das bis hier hin. Komisch, dass er jetzt gar nicht einrastet. Ich will das ja so ein bisschen parallel dazu haben. Also, dass es eben gar keine Einrastfunktion hier gibt. Und da ich, wie gesagt, erst mit den Mods das erweitern kann, will ich das in der Mitte des Gebiets ungefähr haben. So. Ja, das ist schief halt. Das ist echt schief. Na egal, das ist halt ein bisschen schief. So kleinen Kram kann ich mich jetzt auch nicht mehr kümmern. So. Na, ich glaube der Winkel ist nicht ganz so geil. Das ist für eine Autobahn vielleicht ein bisschen steiler Winkel. Der fängt schon so doof an. So. So. Und die andere Autobahn. Die kann ruhig mal ein bisschen näher. Ich finde, dass da viel zu viel Platz verschwendet wird. So. Und viel zu viel Platz verschwendet sonst. So. Die geht jetzt hier schön... Hier lang. Na, ein bisschen zu weit. Na, da geht die Autobahn sogar schon ein bisschen zu weit. Das sieht man natürlich nicht genau. Ne, ein bisschen weiter vielleicht. So, bis hier. Nein, nicht andocken. Das ist schon ganz um die Kurve. Kann ich jetzt hier komplett hochbauen. Ja, guck. Viel weniger Platz verschwendet als da die alten Rabauken. Ich befürchte fast, dass das bisschen zu weit ist. Oh, ne. Äh. Ach, geht. Jetzt muss man noch ganz ruhig ein bisschen weiter gehen an der Stelle. Die Kurve ist noch sehr unschön. Die mache ich mal eben nochmal neu. Wie sieht das denn aus? Amateur-mäßig. So nicht, meine lieben Damen und Herren. Die Richtung geht so. Soll der Scheitelpunkt der Kurve ungefähr hier sein. Naja, naja. Und die kann noch ein bisschen weiter gehen, da sie ja eh dann sich aufsplittet sozusagen. Auf die Audi will ich ja nicht komplett neu bauen. Sonst können wir erstmal den Verkehr wieder laufen lassen. Die spawnen alle. Die fahren hier wieder zurück auf die Autobahn. Okay. Und was ich dann noch möchte, ist halt praktisch mitten im Gebiet. Hier. Eine Autobahn von da nach da. Und da baue ich mir halt selber ein Autobahnkreuz. So. Also das sieht dann so aus. Die baue ich mal ein bisschen höher. Ist dann halt so hier so. Natürlich noch nicht ganz mittig, weil das Gebiet hier noch nicht weiter geht. Aber das wäre dann mittig. Also hier so ungefähr. Hier so in die eine Richtung. Ist ein bisschen schief, ne. Das sieht dann irgendwie blöd aus. Das mag ich nicht. So. 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 So eher. So, es geht in die Richtung So, dann So nah wie möglich So, das wird die neue Autobahn dann in die andere Richtung Und von den Auffahrten, was jetzt ähnlich wie das Autobahnkreuz Das ist klar, die müssen von hier unten dann da oben rauf kommen Von der Logik her ist ja besser, wenn die Leute erst abfahren, bevor sie auffahren, oder? Jetzt gucke ich mir die hier nochmal an Also sie fahren erst ab und dann fahren sie auf, genau Und sie fahren wie ab? Sie fahren auf die darunter liegende ab Okay, das ist jetzt mal Dann mache ich es aber genau andersrum, das ist ja cool So, ich mache es so rum Na, da habe ich schon ein paar Ideen So, dann fahren die hier ab Gucken wir mir nochmal das Autobahnkreuz an Zur Orientierung Von der oberen Die fahren ab Auf die untere Bei mir fahren sie aber andersrum ab Das finde ich viel besser Ich revolutioniere das Verkehrssystem So, also sie fahren von hier Wenn sie unten auf die wollen Sie brauchen zwei Möglichkeiten Sie müssen von hier oben Auf die wollen Und Auf die andere Wie kommen sie denn auf die andere? Auf die andere zu kommen ist ja relativ simpel Irgendwas Irgendwas Ich verliere, ob ich das richtig denke Sie fahren jetzt hier ab Wenn sie auf die wollen Mit so einem kleinen Kreisel Im Prinzip gibt es ja Pro Straße Ich habe so eine Abfahrt Ich muss ein bisschen drauf kommen und runter kommen Ich habe so einen Ratscht Ich habe so eine Abfahrt Ich habe so etwas Ich habe so你知道 Ich habe diese Abfahrt Oh, schon besser Ich habe so eine Abfahrt Ich habe so einen Ratsch Und sie habe so einen Ratsch Oh, warum ist der Winkel so komisch? Ach, weil die Straße noch nicht weitergebaut ist, dann macht er es manchmal nicht so gerne. Ziehen wir die halt noch ein bisschen kurz in die Richtung, dann hilft ihm das vielleicht. So. So. Ja, der Winkel ist natürlich ein bisschen scheiße so. Wie steil ist denn der Winkel, den sie hier so machen, wenn sie jetzt von der Straße da hoch wollen? So mittelsteil. Gucken, ob ich das kleiner hinkriege. Eigentlich können sie doch schon hier unten anfangen mit der... Abfahrt. Bin mir nicht ganz, so. Fangen wir viel zur... Die Kurve soll auch in die Richtung gehen. Was machen die denn? Ist die Kurve immer erst in die Richtung? Wenn man es hier in die Richtung macht, dann wird es zu stark. Das kriegen sie nicht hin. Dann fangen wir doch ein bisschen weiter vorne an. Und wenn man es das macht, das ist ein bisschen komisch dann. Dass sie die Kurve nicht steiler machen. Na ja, probieren wir es einfach so. So kommt man auf jeden Fall nicht runter. Da hat er immer Probleme. Da muss man so ein bisschen anders vom Winkel gehen. So zum Beispiel. Die Steigung kann ein bisschen krass sein. Eigentlich hätte ich es eh lieben. Das probiere ich nochmal aus. Dass man das ein bisschen sanfter macht, den Anstieg. Aber es ist gar nicht so einfach tatsächlich. Wenn man jetzt von hier kommt. Dann macht er da den Winkel so steil. Ganz so ideal ist das nicht. Jetzt ist mir der Winkel ein bisschen zu steil. Gucken wir das noch nicht kriegen. Aber er reißt, glaube ich, zu viel ab. Das ist nochmal den Scheitelpunkt. Dann probiere ich es mit einer normalen Kurve. Na, das sieht ein bisschen besser aus. Wenn ich hier hinsetze. Na, jetzt sieht man an der Stelle wieder zu steil aus. Das ist gar nicht so einfach. Das ist so. Ich habe es genau im Kopf, wie ich es haben möchte. Aber es ist nicht ganz so einfach zu bauen. Und zwar macht er das. Man kann keine. Dadurch, dass man da nicht die Höhe anders baut. Ich versuche es mal hier so. Wenn ich jetzt hier... Das ist schon zu steil. Eigentlich bräuchte ich es an der Stelle noch gar nicht so steil. Ah, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich. So, ich will jetzt hier... Ja, vielleicht sollte ich auch nicht ganz so geizig mit dem Platz sein. Mein Gott. Das ist aber ein bisschen witzig, dass man nicht einfach vernünftiger Schräge da weggehen kann. Dass der Winkel nicht steiler sein kann. Das ist ein bisschen komisch, kann man es andersrum denn besser machen. Da macht er immer diese... In die Richtung, die Variante. Das gefällt mir auch nicht. So, und jetzt... Gehren wir jetzt mal möglichst sanft die Kurve. Die ist schon zu steil. Nicht perfekt. So viel Platz spare ich dann auch gar nicht gegenüber der Konstruktion. Vielleicht ein bisschen. Das probiere ich dann am Ende mal gucken. Die Abfahrten sind teilweise auch relativ steil da. So ist es nicht. Vom Winkel her sind die Abfahrten jetzt auch nicht so ideal. Insofern wirkt es natürlich ein bisschen geschwungen, ne? Gucken, wie steil ist hier die Abfahrt. Ups. Die Kurve ist ein bisschen mies, dass man es halt nicht schöner hinkriegt. Oder ich zumindest nicht schöner hinkriege. Ärgert mich ein bisschen. Das geht auch schon wieder in die falsche Richtung ab. Das soll einfach mal erstmal in die Richtung abgehen. Das ärgert mich schon immer, dass der Winkel immer schon erstmal in die falsche Richtung geht. Wenn ich es hier oben angucke, dann geht es immer erstmal so wupp und dann in die Richtung. Ja, genau so soll es ja auch sein. Aber was macht er nicht so gerne? Die wissen, dass wir nicht ihm jetzt komplett, meinetwegen, von hier... Er sagt, ich soll von hier nach hier gehen. Ne, der Winkel... Äh, Punkt ist hier. Ist auch krass, dass er dann so steil die Abfahrt macht. Und die Frage ist jetzt, die sich mir stellt, hätte ich überhaupt Platz gespart gegenüber dem normalen Autobahnkreuz? Nee. Das ist geil, ich mache mir die ganze Mühe. Und dann ist das genauso wie das Autobahnkreuz von der Größe her. Und ich habe mir nichts gespart. Nichts. Absolut nichts. Sieht nur beschissener aus. Ich wollte auch so gerne was eigenes bauen. Ich wollte auch mal was machen. Was Schönes. Autobahnkreuz ist auch ein bisschen scheiße. Kann ich mir nicht nur Teile vom Autobahnkreuz da besorgen? Ich habe mir praktisch selber ein hässliches Autobahnkreuz gebaut. Das funktioniert genauso wie das. Nimmt nicht weniger Platz weg. Sieht aber beschissener aus. Das ist ein bisschen anders. Es braucht keine Steigung, was danach runter geht. Dann mache ich das einfach mal jetzt so. Dann habe ich mal nicht den Ehrgeiz hier meinen eigenen Scheiß. Ich muss das dann nur neu verlegen. Weil bei mir die Autobahnen ja näher beieinander sind. Immer noch nicht. Schade. Das war ein Versuch wert. Haben wir auch was gelernt. Hat schon einen Grund, warum die so sind. Hat schon einen Grund. Jetzt reiß ich das nur zum Teil ab. Mal gucken, kriege ich das denn überhaupt wieder vernünftig hin. Schauen wir mal, was werde ich jetzt sehen. Wenn ich jetzt eine Autobahn hier lang führe. Ich muss dann komplett die Straße abreißen da drunter. Jetzt darf ich die ja nicht bauen. Und jetzt kriege ich dann die anderen auch nicht mehr so schön hin. Das ist doch scheiße. Ich will doch meine Autobahnen so nah beieinander haben. Und wenn ich jetzt das wieder verbinden muss, dann sieht es nämlich wieder scheiße aus. Die ist schon gekommen. Wie der Ort ist bereits belegt. Warte mal kurz. Jetzt reiße ich die Autobahnkreise Stück für Stück wieder ab, um ihn dann wieder hinzusetzen. Auch super. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Dass das jetzt wieder mal nicht scheiße aussieht. Ah doch. Das kriegt man hin. Ja, guck. Und jetzt hier. So, als es die Kreise ist, die Abfahrt in die Richtung kommt auch so. Was gewinne ich damit? Ich gewinne damit, dass da ein Millimeter mehr Platz ist in der Stadt. Das ist alles eigentlich so ein Hirnriss von mir manchmal. Das mache ich jetzt an der Stelle auch nicht. Selbst mir ist das zu doof. Das Einzige, was ich gewonnen habe, ist, dass halt die Autobahn hier nicht so weit auseinander ist wie hier. Sondern einen Millimeter näher zusammen. Geiler Scheiß. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Hervorragend, Herr Lee. Hier ist noch die Straße verkehrt rum. Ups. Ja, geil. Jetzt habe ich Millimeter gespart auf meiner Straße. So ein Quatsch manchmal mit mir. So ein Quatsch. Naja, es war ein Versuch wert. Man muss ja ein bisschen rumprobieren. So. Jetzt kann ich dann gucken, wie ich die Straße, wie ich das hier oben anbinde vielleicht noch direkt an den Kreisel. Ups. Hier ist es noch nicht verbunden. Fuck, fuck. Und die Zeit läuft weiter. Jetzt kann ich mir noch überlegen, wie ich das... Meine neue Gebiete werden jetzt eh nicht so dringend gebraucht. Kann ich mir überlegen, wie ich das hier daran anbinde am sinnvollsten. So, hier habe ich eine Auf- und Abfahrt jeweils an die normale Straße. Würde ich das Gebiet natürlich irgendwie noch vernünftig anbinden. Idealerweise... Hm. Ich mache erstmal das Gebiet für sich alleine stehend. Möglicherweise. Und dann überlege ich mir, wie ich die anderen Gebiete anschließe, glaube ich. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Wo ich jetzt die Straße nicht anhaken möchte... ...was mir nicht vorschlägt, wie es denn gerade ist. Wenn es einmal in die Richtung gebaut ist, dann schon. Kann ich aber auch hier so eine Verengung bauen. So. Ich gehe jetzt noch in die falsche Richtung. So. Warum? Warum? Ah, danke. So. Also die Idee ist dann ja folgende. Dass dann da rechts und links Industrie- und Gewerbegebiete entstehen. Die miteinander verbunden sind. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich das auf einer anderen Höhe machen wollte. Dann kann ich nicht unten drunter die normalen Straßen durchziehen. Dann muss nicht alles über die Autobahn gehen. Hm. Ja, ich bin am überlegen, wie ich das dann zukünftiger mache. Wo hin auf beiden Seiten das einigermaßen selbst regulierend ist. Irgendwie habe ich das Gedankenspiel noch nicht ganz ehrlich gespielt. Ich überlege gerade... Es müsste halt mehr Auf- und Abfahrten geben wahrscheinlich. Und die Leute dürfen ja nicht so viel von das eine Gebiet in das andere wollen. Das funktioniert ja sonst nicht so gut. Das Problem ist dann, wenn ich das hier mache... Ich probiere mal ein bisschen was aus noch. Wenn ich jetzt nämlich doch zum Beispiel die Autobahn, wie ich es am Anfang überlegt hatte, soll ich jetzt hier so auf einer höheren Ebene mache. Und hier kriegt er denn die Auffahrt da oben hin. Na, vom Winkel eigentlich ziemlich ähnlich wie da unten. Das müsste also gut funktionieren. Das heißt, unter Umständen kann ich dann doch die ganze Autobahn... So, oder langführen. Nee, du warst schon richtig. Dann mache ich mich die zwei Stadtwürde, die ich da rechts und links anflansche, sozusagen. Die müssen ja miteinander noch verbunden sein. Das wäre die Idee. Schade, dass man nicht einfach Straßen anheben kann. Das wäre manchmal ein bisschen einfacher. Dann nutze ich erstmal nur die eine Seite der Autobahn. Muss ich ja nicht alles auf einmal machen. Dauert so schon wieder lang genug. So, eine Ebene höher. Bis hier hinten hin. Die richtige Höhe, oder? Nee. So. So, und die Autorfahrt will ich eben noch machen. Düm, 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 düm. So, und können sie abfahren. Die sollen schön hier auffahren. Na? Muss ich vielleicht die Kurve ein bisschen hier lang. So. Bis das geht. Ist ja gar nicht mal so scheiße geworden jetzt. Die Verengung sieht ein bisschen komisch aus. Könnt ihr wahrscheinlich auch noch machen. Man könnte das hier noch weiter rüberziehen. Aber. Das finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Nö, nö. Das taugt mir. Dann werde ich jetzt hier ein neues Viertel aufbauen. Und dann können die Straßen nämlich hier unten durchgehen. Idealerweise wäre nämlich die andere Autobahn nämlich auch erhöht. Dann könnte man die Viertel untereinander viel besser verbinden. Vielleicht mache ich das noch. Das kostet natürlich alles ein bisschen Zeit. Aber hier ist ja eh erhöht. Dann geht es da rüber. Ja. Ich glaube, da mache ich jetzt eine kurze Pause. Und dann werde ich das in der nächsten Folge mal die Autobahn, die andere noch weiter da rüber leiten. Nämlich. Worum es mir nämlich geht, ist, dass ich dann da drunter Straßen haben möchte. Dass die Gebiete miteinander verbunden sind durch Einbahnstraßen. Ohne, dass sie die Autobahn kreuzen. Dass sie zwar auf die Autobahn auffahren können, wenn sie es möchten. Aber das nicht zwingend müssen. Weil ich manchmal denke, wenn jetzt hier eins ein Fahrzeug da unten durch muss, dann ist das ja sonst im Weg. Also, gar nicht so einfach. Aber ich probiere es mal einfach aus in der nächsten Folge. Kurze Pause. Und dann geht es gleich weiter. Und dann geht es gleich weiter.